Ursprünglich lag der Preis für eine Tüte Popcorn bei 1,50 Euro. Verdoppelt sich der Preis auf 3 Euro, so dreht sich die Budgetlinie nach unten. Während noch maximal genauso viel Schokoriegel wie zuvor gekauft werden können, halbiert sich die Höchstmenge an Popcorn von 40 auf 20 Tüten. Das alte Optimum in Punkt A ist nicht mehr erreichbar. Ein Tangentialpunkt auf der neuen Budgetlinie mit einer tiefer gelegenen Indifferenzkurve findet sich aber bei 10 Tüten Popcorn und 15 Riegeln Schokolade. Dies ist Svens neues Haushaltsoptimum. Durch die Preiserhöhung geht es ihm natürlich schlechter als bisher. Trotzdem hat er das Beste aus der neuen Situation gemacht. Er hat dazu seine Nachfrage nach Popcorn um 10 Tüten reduziert.